Gängig, man! Baut das schon die Schienen ab? Hm? Nein! Ich will einfach wieder einschrauben! Das ist echt fancy! Määää! Evil Sheep! Määää! Ich glaube, wir haben uns echt so übelst getrennt. Ich glaube, das ging in drei Richtungen. Und jeder so nach oben. Ich glaube nicht, dass wir so weit auseinander sind. Wenn wir jetzt wieder halbwegs zurückkehren, werden wir uns schon wieder finden. Glaube ich jetzt einfach mal. Mir ist aber zum Beispiel das Problem, dass ich, glaube ich, ungefähr kein Lassen Schimmer habe. Wo ich bin. Natürlich hier wieder rausgekommen. Ja, ich auch nicht. Ich schon. Außenseiterin. Hallo. Warte mal, ich hab deinen Namen gesehen. Hallo. Nein, doch. Doch, da ist ein Name. Hüpft mal. Warte mal, Nati, hüpf mal. Ja, das ist nett. Warte mal, Nati, hüpf mal. Ich bin weit weg, aber ich war so lust. Ich seh deinen Namen auch. Ich hab immer noch ein Schaf. Und wieder Kohle. Wow. 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 Da kommt einfach mal East runter. Boah, diese verkackte Lava hier. Ja. 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 Hausmarkt. Cool. Ah, ich hab dich gefunden. Äh. Jetzt komm ich nicht hoch. Oh, ich bin schon auf der Tiefe von Redstone. Hab ich grad ne Flittermaus gehört? Oh. Flittermaus! Hier ist ne Flittermaus! Ja, ja, ja. Nein. Sind neutral. Hier ist ne Flittermaus. Daaa! Die wurde putzig. Komm her! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Luca, komm her! Warte, 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 warte! Hier ist noch das. Hier ist noch das. Warte! Komm her! Eis, Lady! Oh, wie süß! Er hat so ein liebes Weißschmer. Oh mein Gott. Sie haben sie getötet. Nein, wir haben sie eingesperrt. Nein, sie hat sie eingesperrt so. Sie hat sie eingesperrt so. Ja, Fledy. Oh, jetzt au! Ah! Ah, sie tut mir weh! Ich rüsste dich auf. Nein, komm, geh raus, Fledymaus. 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 Erschrocken? Ein wenig. Guck mal, Fledy geht mit mir mit. Alter, wo kommt denn der Zombie her? Keine Fackeln mehr. Das Eisen. Da ist die Filme aus. Ich hab' mich grad doch ein bisschen von der Flügelung aus dem Schub. Oh, oh, ich hab' einen Spawner gefunden, Leute. Yay! Wo bist denn du hin? Ein Zombiespawner. Wir haben den Gang weiter. Wo bist du zum Zombiespawner? Ja! Ich hab'n Sackl von den Meistern. Woll' den Mustorn mit! Äh, ja. Nach 70, nach 80, nach 80, nach 80! Weiter, weiter. Weiter laufen. Nein, andere Richtung. Stopp, stopp, siehst du mich? So. Nö, wo? Wie? Wo? Wo jetzt, hey, da ist Eins. Das Eis übersehen! ja mein gott ich kann doch von anderen richtungen es klingelt gern die tür aber es hat sieben wasser wird über die zäune muss sonne gibt endlich sind das sind mein baumhaus was ich nicht schuldig wenn wir fackeln auf welchen ist nein einfach schon habe ich wieder zwei sticks was sind wir jetzt Oh Ach ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gebunden oder? 10 11 12 12 Vorkommen Eisen Eisen Oh, Alter! Geht doch mal aus! Schreck mich doch nicht immer so! Flügelung! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ah, ich habe eine neue... ...schlitz! Schlitz! Spalt! Ich arbeite nicht auf das Wort! Ah, Rist, oder? Ja, Rist hat sich gut! Ja, Rist hat sich gut! Wo ist eine Kiste? Da war eine Kiste! Ja, Leute! Jetzt fehlen euch hier 20 Sekunden oder so! Ja! Mein Minecraft ist komplett abgeschissen! Ach Gott! Aber es wurde nur die Kiste gebaut und die paar Sachen da reingepackt! Von daher, let's fetz, weiter geht's! Ähm... Wohin geht's denn hier? Aber hier ist es dunkel! Ja, ich bin durch manche Räume auch einfach nur durchgerannt, damit ich in eine andere kam! Hey, hier ist noch ne Vakuum! Oh! 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 Oh, ist das gemein! Oh! Ich bin grad hier die Schiene lang einfach von nach runter! Oh! 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 Oh, flirüber! Oh, flirüber! Oh Gott, das ist ein Element, oder? Oh! Flirkt doch nicht gut! Ach du- da ist ein Zombie? Da ist Eisen! Du hast doch gesagt, du hast noch einen Riss gefunden, oder Kenny? Ja! Boah, hab ich mich jetzt erschrocken! In dem Zombie? Ich seh den nicht! Ist der eine? Wo? Mann, jetzt geht er hoch, du Pappnase! Also Yuka, du musst mich vor Zombies und so beschützen, die sind bei mir komplett unsichtbar! Ja, ja! Komme! Wir gehen schon wieder unseren eigenen Weg, oder? Wer hat wieder gewinnt jetzt weiter hier? Ich habe keine Ahnung, wo ihr sein sollt! Sollt! Na, warum wir uns jetzt auch ein bisschen verlaufen! Pfff! Irgendwo Priss! Ah, mein Inventar ist schon voll! Mann, schluss! Ja, ich habe gerade Trittstum gefunden! Rettstum! Ein Donutti! Was ist mit Donut? Wo du bist! Immer noch da, wo du vorhin den Zombie getötet hast! Ja, dann komm mal in den Gang, da geht's doch rechts unten! Nein! Hui! Hey, du hast Redstone, du musst sehen! Ja, ich weiß, ich wollte erst mal reingehen! Nein! Ihr sammelt Redstone? Mhm! Ja! Ich nicht! Warum nicht? Jetzt klingelt! Warum nicht? Ja, kann man immer gebrauchen, was? Wofür? Ähm, Pistons, Redstone-Leitungen... Anlagen... Entschönerung... Und... Weiß ich nicht... Nein! Ah, doch, ich hab noch einen Spitzacke! Ja, sonst kann man allzu entschmerzen können! Ja! Aber es werde ich noch wissen, du! Ich bin den Gang, wo du gesagt hast, wir runtergehen! Wie schluss das auch bis heute und gerade aus! Ja! Ach! Das ist allzu übersehen! Ja, weil ich hier gerade am Akronen war! Äh! Ähm! Verlaufe! Ach, das ist ganz ehrlich! Piep! Piep! Die sind viele Spinnenweben! Ich glaube wir sind wieder an einem Spin-Spawner! Spin in Spawn! Spielen! Ah, es leckt! Spink hier in Blumen? Ja, ich hab keine Ahnung, wo ihr seid! Aber... Äh! In nem Schlucht! Etwa weise ich noch den Weg zurück, da werde ich gleich mal zurück klatschen Ähh nützt ja nicht viel, wir sind irgendwo abgewogen und dann... Oh, wo ist die denn? Oh, da ist ein Fliedermaus Rift wir... fuck... äh fuck ich sag schon Ähm, Dias Ja? Was? Warte kurz Ja, wir müssen... also ich muss gleich wieder hoch Erstens ist mein Inventar gleich voll Zweitens würde es jetzt verdammt wehtun, wenn ich jetzt kapieren würde Dafür habe ich die tollen Ender Chests verbaut So, wieder hoch Ja, da müsste ich aber immer eine mitten rumschleppen Deswegen mache ich immer so Sammelpunkte in Höhlen Damit punktest du so Pussies Nein Warte ach Hannes und meine Höhle ist riesengroß Von daher ist das nur ne gute Sache, finde ich Soll, dass ich sie die Decke gar nicht mehr Bist'n du langgegangen? Ähm, kommt mir wieder raus Micha, weißt du noch die Anfänger auf dem Pete's Meets Show, wo wir uns kennengelernt haben? In der Höhle? Äh, ja... Oh Gott, klingt das falsch Oh ja... Ja, damals in der Höhle Oh ja... Ihr beide Heiß und innig Micha Ja Vielleicht träumen die beiden Ja, ein Zombie in der Tee Oh, da ist ein Spawner Ich, äh, wach mal schnell, wenn's Spawner kaputt Das ist, ich versuche es Cool, wie Anna singt Oh Baby Anne 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 Oh, das ist kaputt Oh Gott Oh mein Gott Oh Gott Kann man nicht zu verstehen Anne Ich sehe euren Namen, ich sehe eure Namen Peter? Ah, da sieht es... Ich bin noch ziemlich weiter unter euch Also ich bin unter euch quasi Also nicht jetzt genau unter euch, sondern... tiefer als ihr aber ich sehe euren namen unter uns das laber wo denn wo denn namen von kenny nicht mehr ich sehe aber noch nati jetzt jetzt ja warte ich bin gerade am schwimmen ich kann man manchmal hat sie diese treppen ein dass ich raus schon hat sie auch die wir uns gefunden haben